Diese Sendung unterstützte der gleiche Typ, der sonst ihre Partys in Schwung bringt. Schönen Abend, ihr kleiner Feigling. Nächste Woche gibt es ALF nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal. Das muss auch so sein, denn am nächsten Freitag ist Heiligabend. Und da haben wir für Sie drei Folgen ALF am Stück. ALF am Heiligabend ab 17 Uhr. Wochenshow mit Dab Pilsner.